Kommen zurück zu Let's Play, wie Spots, wie Sorts, wie Spots, wie Sorts, wie Sorts, gut, wir sind doch 13, das heißt 5 Löcher haben wir noch vor uns, ja, das heißt Information, gut, okay, gut, und Pion, auch im Sand drin, und, oh, feilen, okay, gut, so ist das nun mal anders, mit dem Keh schafft man auch anders Mensch, mit dem Keh alter, was für ein Stier ja, ja, Oh, das kann man sehen, oh je Machen wir wieder ab dem Bewegung Aber okay Ja, kann ich schon sagen, ich bin so flüchtig, Alter Ah! Schaschen! Ach so, nein! das ist jetzt Köschi besser nächstes was sag ich Loch Nummer 14 die 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 Uhhhh, ja... Nein... Ja... Schöne... Kälte! Kälte! Heh! Oh... Übersehen... Aber... Ok... Jut... Ok... Ja... Schlag 2 Anja... Jut... Oh... Heh! Mitzi... Aber... Ok... Jut... 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 Ja, also Mr. Kenny war am Anfang der Erste, das ist ja in einer großen Fehlerkönigin hier. Röschi ist bis jetzt der Größte. Aber Mr. Kenny steht nicht weiter weg von, ey. Ha! Also Mr. Kenny, der steht ja heute gar nicht gerne. Wir haben jetzt seine halbrunden Augen, ey. Seine halbrunden Augen. Witzig. Hallo. Jutsch. Komm, Kenny, komm. Komm, Kenny, komm. Ach, ja, nicht spannend, stimmt ja. Äh... Nein, ich werd hier ein paar gehaben. Gib dir mal ja an, ey. Ich heul dich gleich hier. Komm, Kenny, komm. Feiner Junge, also dreifachen Arschritt. Jutsch. Komm, Mario, komm. Na los. Jutsch. 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 machen macht ja 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 komm geni komm 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 ich war kacke mensch Ist das möglich? Bei einem sauberen Schlag auf alle Fälle. Auch der übertriebene Schlag hat sich gelohnt. Gut. Okay. Jo. Boah, bestimmt wieder Köschi, der schlagen hat. Das erkennt ich so eine Noob, ey. Nee. Köschi war es diesmal nicht. Ja, oh, 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 oh. So, mein liebes Kind, du bist dran. Gut. Mein liebes Kind, mein liebes Kind. Ja. Und? Gut. Geht es euch keinen Kommentar? Menefresser. Oh, das ist hart. Da ist doch einer Brony, Bangel. Hat hier's denn das so klatscht, Mensch? Also, nein. So ne ruhig so drohen, Mensch. So ne Stierwitz. Selbst nicht. So ne. So ne. So ne. Okay. Na, ich kenne es noch nicht. Go, kenne. Go, kenne. Go, kenne. Fak, sak, ne. Fak, sak, ne. Fak, sak, ne. Ja. Aber keine. ja sauber Junge, sauber! schönes Lagen schön gut äh ja ein paar G das ist ja Köschi, ist ja klar das ja klappt und da bin so weiter jetzt gut schlagsaubern ja ok schlag dreckig schlag peter griffen versteht ja peter griffen schlagen aber der hat auch muss gehen also man soll es nicht direkt mit ihm anlegen wenn man nicht stark ist und ich bin es nicht ernsthaft ich bin nur ehrlich ja ich bin da gegen schlagschwanz sei es wirklich also keine lüge ich bin da ich bin ehrlich in youtube ja ok ok so ok ok mit kirche kann man sowieso nur verlieren ja aber auch wenn ihr das kennen wir was geil drüber schlagen so dann fangen wir ein Ball auf ne mach gar nicht gut ok ok mr mario steht aufmach und rach mr mario steht aufmach und rach nice arm mr mario ist gut oder nachmacher blackhand du bist nachmacher du machst die nachmensch sie das tut so gut ja hallo Hey! Ich höre das! Ja! All agree! Gut! Ja! Schön, schön, schön! Das freut mich! Juuu! Hohoho! Gut! Aber den Candy kannst du gleich vergessen, ey! Okay! Da! Da gehe ich! Voll raus! Jut! Juuu! Okay! Aaaaah! Oh Candy bist der hardcore Mensch! Das ist immer gar nicht gedacht von dir, du Stu, Alter! Okay! Moment! M'Barge! Ernsthaft! Ernsthaft! Hörnshaft! So, das vorletzte Loch, Leute! Mr. Mario ist aber auf Uberfoo Gamer geworden, ey! Das ist Wahnsinn! Das ist crazy! Ja! Hohoho! Alter! Er wäre beinahes Wasserflogen! Hoho! Vorher rüberdriftet! Oh! Mehr Candy! Oh! Hatte Glück gehabt! Jut! 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 Sehr schön! Sehr schön! So, der Luke ist reiner. Gut, Mr. Mario. Na ja, ich glaube, er kann noch ein paar bekommen. Gut, okay. Na ja, ich gucke ein. Oh! Noob! Noob! Oh! Geil, 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 geil! Hey! Witzig! Ah! Haha! B! Jo! Oh! Oh, das letzte Loch! Oh, ist das schon lange nicht mehr gekommen, ey! Und 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 Ne Aber Okay Sehr schön Ich hab ihn Was hat er denn mit der Brille zu, alter? Kölschi 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 Durch den Typen lassen wir Gut Oh, scheiße Was ändere Schrapplich, hennig schlag Weißbewusst. Und weil ein sauberer Schlag Ich verkack mich automatisch, das sehe ich schon. Zwei mal verkacken geht auch. Oh. Moment. Moment. Äh, nope. No, we got you. Ja. Okay, mkay. Ui, der war auch voll gefehlt, Mensch. Ja. Ach, der Kenny, du kannst doch nichts sehen, Bangel. Was sag ich? Er legst drauf an, okay. Kenny, da musst du ihn schlagen. Ein bisschen Würde muss ja noch behalten, Bangel. So, Moment. Nothing. Boah! Alter! Geil! Dir war nicht schlecht, ey. Okay. Ja, ja, ja. Hm. Wir können Feuer nehmen. Witzig. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt so schlagen, sonst fehlen wir noch automatisch. Gut. Ja. Na ja, okay. Wir kennen diesen Hinterschlag. Fack. Okay. Könnte besser sein, ja. Das könnte besser sein. Juuuut. Ne. Na ja. Ja. Ho. Plus sechs. Au. Scheiße. Da klackten die Lapp noch alle, ey. Ja, okay Plus 4 Und Plus 5 So Jetzt kommt das Endergebnis Und Mr. Mario hat so einen Rekord gebrochen Das ist ja perfekt So, wir gucken uns ein bisschen das Ergebnis an Guck dir mal das Ergebnis kurz an Ich komm gleich wieder Bin gleich wieder da Gut liebe Leute Also das war wieder ein größeres LP Projekt Was für wohl für mal mehrere Parts Brauch aber bloß noch 3 waren diesmal Ja Er sah jetzt hier schlecht aus Wurde aber immer Nee, hier Er sah jetzt schlecht aus Wurde aber immer besser Ja Und Black Candy hat sehr wenig geschafft Obwohl er am Anfang sehr gut war Ja, ja Ja, eindeutig Dann gucken wir uns noch schnell den Fortschrittsbericht an Und dann muss ich Und dann müssen wir uns wieder erst mal den Part beenden Gut Das ist ja mal ein Rekord Okay Wow Geil So Leute Dann haben wir uns zum nächsten Part und dann haben wir uns zum nächsten Part